so 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 einer landet in der anderen halle einer landet in der anderen halle ja so 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 wenn du kannst können wir rüber ja die wollten uns die wollten zu mir rüber der ist noch einer ok wir können pass auf von links vom hauptgebäude einer habe ich noch gesehen der ist im zweiten zweiten ja ja noch oh nice ich glaube man ist pusht da noch ich glaube mach ich ja auch wir sind in den 0 jetzt rechts von mir auf jeden war unten ne oben das meiste ab 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 2 er war oben am dach hat durch die lücke geschossen deswegen deswegen habe ich die jetzt abgekriegt weil ich bin gepusht damit er nicht weiß dass wir zwei sind war glaube ich auch so besser ja da liegt glaube ich noch ein vierer ja oh fuck schüsse von von schätze ich ja in dem haus hat zwei jetzt noch wo ist der andere ist rechts ist im raum außerhalb vorbeigerannt ich glaube hab ihn da ist oh mein gott das intenser einzel-schuss-fight smoke nein fuck ich bin jetzt ein bisschen vorgepusht halt links von uns in der halle in der halle schuss auf mich im anderen gewöhn im Norden das ist jetzt scheiße das ist jetzt scheiße ich bin auch außen jetzt wenn dich pushen also siehst an dem haus einer war im haus einer war wahrscheinlich an der halle aber ich weiß nicht wo der andere ist könnte an der halle sein push nicht zu weit ich kann hier hier nicht so gut einsehen ne der ist im blauen haus auf für mir 325 versuch mal zu markieren ich geh mal kurz die leute hier hinten komm auch mit zu mir vor uns im gebäude oder beißen oh fuck bis sollte man es nicht holen ich bus mich kurz aber push man also äh jo oben drin ja hier liegen vier leichenlinie bei der wester solar kwu hat der kwu hat der kwu glaube ich ja ja die ist gut das ist eine schöne idee mehr ohne häusern wo das smoke gehts jetzt genau einer irgendwie erweitertes meg oder so ohne kein rechts und ich ne darf ich sehen wo 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 rennt runter ins wasser 10 grad ne das vor uns rennen kann ich auch nicht zu soll ich schießen wenn du schießen kannst schießen knoppt der andere im wasser ne ne der ist noch hier vor uns aber rechts müssen wir auch noch aufpassen bootcamp da bootcamp läuft einer down ist er übern stein links hoch kommt gleich links wieder runter jawohl nice ok ich looter den hier vorne ja ja der liegt hier natürlich jetzt richtig scheiße aber der bootcamp ist auch mal einer schweiß ich weiß ja schweiß wie soll ich das packen ja packen 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 komm wir müssen weiter ja Ja, wir sind aber schneller als jetzt so, ne? Locker, easy. Oder? Wie bewegt sich die hier? Ja, auf Land sind wir schneller. Ja, okay, lass direkt hier über die Straße, oder? Oder willst du auch noch mal die Häuser? Papier haben ja auch noch gut Deckung wegen den Bäumen. Ja, weil die Klippe ist da, ne? Oh, ja, fuck. Wir dürfen nicht hochlaufen. Wir müssen aber da lang. Ja, wo willst du jetzt hin? Rechts an den Häusern, unter die Brücke und dann Richtung Hartin. Ja, sag, dann hätten wir das ein bisschen früher an den Schrenzen. Ja, das schaffen wir, easy. Ja, ja, aber... Oh, ich stehe in meinem Bett. Ja. Direkt an den Klippen, ja stimmt, aber wenn wir da hingegangen wären, wäre wahrscheinlich ein Fight gewesen. Oh, unsere Brücke durch meinst du? Können wir machen, ja. Aber... Können wir uns ein bisschen beeilen. Aber... wir werden mal schnell oder wo? Wir haben jetzt eigentlich wenig Sonn-Davage geschlossen, ne? Oh, gar keinen. Links von uns? Ja, oben am Berg. Ja, oben am Berg. Oh! Rechts! Ne, im Haus. Hier, glaub ich, bei mir. Ja, im Haus. Oben, ist oben noch ein Stock drüber bei mir? Nein, 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 nein. Ich hab das Fenster. Locked. Nice. Zwei Nails rein. Da. Gehen wir an Deckung. Jetzt. Ja, das gibt's aber alles im Haus. Ja. Äh, lass die Zone ziehen. Jo. Ja, in die Steine. Ja, fuck, fuck, fuck. Der hat sich im Blumentopfer steckt und ich glaub aufgefallen hab. Müssen aber auch gleich raus. Ja, aber vor uns ist irgendwas. Sind noch acht, äh, sieben Leute. Hm. Pass auf hinter dir, ne? Ja. Ja, ich guck nach hinten, du, äh. Der ist bei der Mauer da. Würde mich gerne boosten eigentlich. Ja, mach mal. Hat nen Hit. Ein Headshot, Mann. Der ist hinter der Mauer. Auf 300. Auf 400. Head down. Schöner One-Tap, Alter. Hm, häusern sich. Oh, nein, die Häuser sind drin. Äh, drei andere noch, ne? Ein Einzelner gleich. Oh. Schau mal links an den Stein. Hat das der da hinter uns ist oder so? Fuck, ich hab keine Granaden. Hast du noch Granaden? Äh, nope. Ich hatte nie Granaden. Ja, ich sehe einen. Wo? Ähm, direkt an der, äh, 250 direkt. Am Stein. Nein. Da. Hat nen Hit, aber ich auch. Haben. Genockt. Wir müssen pushen jetzt. Äh, ja. Warte, ich heil mich kurz einmal. Muss. Ja, ich bleib einfach hier hinterm Stein. Wenn wir jetzt nichts hätten, ne? Oh, nee. Oh. Er kommt, er geht vor. Hinter uns. Was hinter uns? Hinter uns. Was? Down. Vor uns. Links am Baum. Rechts am, rechts. Hat nen Hit. Nice. Zwölf kölnest du? Vier. Vier. Vier, okay. Echt ne schöne Runde. ış mueher. N apartment. Um beck. effic hier.